Jetzt sind wir im Norden Deutschlands in Schleswig-Holstein. Dieses Bild von Husum entstand 1961 auf einem Klassentreffen mit meinen alten Schulkameraden, die ich sechs Jahre lang nicht mehr gesehen habe. Mit der Fähre setzen wir von Dageböe über auf die Insel Pöhr. Drei meiner Schulkameraden, Herbert Engelmann, Ernst August Meier und Georg Honig. Alle drei sind Beamte geworden. Niblum wurde als das schönste Friesendorf der Insel mehrfach preisgekrönt. In Niblum auf Höhe besitzt unser Gymnasium ein eigenes Schulanteil. Jede Klasse fuhr einmal im Jahr für 14 Tage dort hin. Und bei schönem Wetter fand der Unterricht im Freien statt. Der Herbergsvater zeigt uns, wie die Räume jetzt aussehen. Die Toiletten und Waschräume befinden sich noch immer außerhalb des Hauptgebäudes. Sumpes Eissalon direkt neben dem Schullandheim gibt es auch noch. Hier haben wir früher unser gesamtes Taschengeld gelassen. Der sogenannte Friesendom St. Johannes in Niblum, ein kreuzförmiger Backsteinbau, ist die größte Kirche auf der Insel. Unser Zeltplatz liegt in der Nähe des Strandes am Gotenkliff. Wieg ist das älteste Seebad Nordfrieslands. Auf der Ulmen bestandenen Strandpromenade ist schon König Christian VIII. von Dänemark entlang flaniert. Immerhin war Schleswig-Holstein bis 1866 dänisches Hoheitsgebiet. Mit der Fähre geht es zurück auf das Festland. 1966 setzen wir zum ersten und einzigen Mal nach Helgoland über. Im Bild der Fähranleger in Büsum. Die Überfahrt ist stürmisch und viele Passagiere werden seekrank. Oder nach Hawaii. Einmal durch den Suez und durch den Panama. Wieder nach St. Pauli, nach Main-Hamburg-Altona. Johnny! 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 Und sind wir wieder da. Wieder in St. Pauli, in Hamburg-Altona. kleine Möwe, flieg nach Helgoland. Bring dem Mädel, das ich liebe, einen Gruß. Ich bin einsam und verlassen und ich sehne mich nach ihrem Kuss. Kleine Möwe, wenn der Südwind weht, dann erwacht das große Heim wie auch in mir. Bei Basbeck in der Nähe von Stade überquert man die Este mit einer Schwebefähre. In Heslingen findet alljährlich die Meisterschaft im Pfahlsitzen statt. Gewonnen hat derjenige, der es am längsten dort oben aufzählt. Von Tosted fahren wir mit einem Oldtimer Triebwagen durch die Moorlandschaft nach Zeven und zurück. Nach ihrem Kuss. In einer sterne Nacht am Hoppen, gehen Seemann niemals schlafen. Denn der Tag der Reeperbahn fängt den Nacht erst an. Wovon wir Mögrosen träumen. Jochen getötet werden. In Scharnebeck, grundweit von Lüneburg, überwinden die Schiffe den Höhenunterschied des Elbe-Seitenkanals zwischen Geest und Marsch nicht über Schleusen. Vielmehr wurde hier ein riesiges Schiffshebewerk gebaut. Die Schiffe fahren in eine Art Wanne, die dann wie ein Fahrstuhl abgesenkt oder angehoben wird. Auf diese Weise lassen sich viel größere Höhendifferenzen überwinden, als dies mit Schleusen möglich wäre. In Doren wohnen wir von 1976 bis 1980. 1980 ist dann unser neues Heim in Tostedt fertig. Hinter dem Zaun äsen regelmäßig weiße Rehe. Das Haus meiner Eltern im Barsedou direkt am Elbe-Lübeck-Kanal. Hamburg ist ein schönes Städtchen. Fotos anlässlich einer Rundfahrt durch den Hamburger Hafen, die wir 1987 gemeinsam mit METO-Kollegen machen. Das Haus meiner Eltern im Barsedou direkt am Elbe-Lübeck-Kanal. Das Haus meiner Eltern im Barsedou direkt am Elbe-Lübeck-Kanal. Die Ost-West-Straße und der Michel im Jahre 1961. Das Haus meiner Eltern im Barsedou direkt am Elbe-Lübeck-Kanal. Burg, die Inselhauptstadt Fehmarns, gilt als eine der schönsten Kleinstädte Holsteins. Die Hauptstraße vor der Nikolaikirche ist Kopfstein gepflastert und von alten Ulmen flankiert. Mit 185 Quadratkilometern ist Fehmarn die größte westdeutsche Insel und nach Messungen der Meteorologen eines der regenärmsten Gebiete Deutschlands. Man findet hier auch heute noch wenig überlaufende Naturstrände. Diese Segelwindmühle entstand im Jahre 1787 und ist heute die einzige in Deutschland noch existierende. In Landkirchen steht diese gotische Backsteinhallenkirche aus dem 13. Jahrhundert mit dem separat stehenden hölzernen Glockenturm. Lemkenhafen ist heute ein beliebter Sportboothafen. Aufnahmen von den Karl-Mai-Festspielen in Bad Sägeberg. Deutsch hatte die In Landkirchen in Bad Sägeberg. Was ist heute New in Bad Sägeberg? Die Insel Eigenländnisse von Offen. Die Insel Eigenländnisse von Offen. Die Insel Eigenländnisse von Offen. Aufnahmen aus Travemünde, die anlässlich einer Butterfahrt über die Ostsee entstanden sind. Anfang September 2010 machen wir einen Kurzurlaub. Von Berlin kommend fahren wir über Hamburg und Bremen in Richtung Bad Zwischenahn. Dies sind Fotos des Bremer Schnurrviertels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir übernachten im Bad Zwischenahn und genießen im Gasthaus Spieker den wohl besten Räucheraal, der in Deutschland zu haben ist. Ich bin allein, einsam in Luft und in Leer, einsam auf türmischer See. Abschied von dir, Küsse am Tier, schmelzen dahin wie der Schnee. Kleine weiße Möwe über Meer und Land Bringst du einen Bus mit fern vom Elbestand Die Baumschulen im Ammerland lassen sich gestalterisch sehr viel einfallen. Nach Haus zurück Ja, kleine weiße Möwe schützt uns vor Gefahr Fällt was auf die Blanken, wäscht die See es klar Fällt was auf die Mütze oder auf die Mütze Eine kleine Wiese macht, dass jeder blüht Diese Teestube ist Teil eines Moormuseums. Es gibt dort einen ausgezeichneten Ostfriesentee. Im März 2011 übernachten wir ein weiteres Mal im Seehotel Fährhaus in Bad Zwischenahn. Zu den prominenten Gästen des Hauses zählt unter anderem Günther Jauch. Ahoi! 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 Lebo! Lebo! Kleines Mädel! Kleines Mädel! Lebo! 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 Wir lagen schon vierzehn Tage Kein Wind, kein Wind in die Segel und Spiff Der Durst war die größte Plage Dann liefen wir auf ein Riff Ahoi! Ahoi! Kameraden! Kameraden! Ahoi! 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 Lebo! Lebo! Kleines Mädel! Kleines Mädel! Lebo! 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 Kameraden! Lebo! Der Langheim! Der war der Erste! Er sofft in dem Faulen Nanse! Die Pest gab ihm das Letzte und wir ihm ein Se Feder. Die folgenden Bilder entstanden in den neuen Bundesländern während der ersten Monate nach der Maueröffnung. Hier zunächst der Berliner Dom. Das restaurierte Nikolai-Viertel in der Nähe des Alexanderplatzes stand im Jahre 1556. Das Völkerschlachtdenkmal zur Erinnerung an den Sieg der Österreicher, Russen und Preußen über die französische Armee im Jahre 1813. Die Fußgängerzone in Weimar. Das Goethe-Schillerdenkmal vor dem Weimarer Nationaltheater. Erfurt. Die Semperoper in Dresden, die 40 Jahre nach ihrer Zerstörung im Jahre 1985 wieder eröffnet wurde. Der Orchestergraben vor dem Eisernen Vorhang. Erfurt. 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 Der Hafen von Sassnitz auf Rügen. Sechs Kilometer nördlich von Sassnitz ragen die 117 Meter hohen Kreidefelsen der Stuppenkammer aus dem Meer. Berühmt wurde diese Landschaft durch ein um 1818 entstandenes Bild des Malers Caspar David Friedrich. Erfurt. 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 Der Leuchtturm des Kap Arcona steht 50 Meter über der Meeresoberfläche. Während einer Kutterfahrt sehen wir den mächtigen Kreidefilsen von See aus. Übernachtet haben wir im Mitropa Hotel in Sassnitz. Im September 2005 fahren wir vom Park nicht direkt nach Hause, sondern neben den Umweg über Dresden. Wir wollen die wiederhergestellte Frauenkirche besichten. Diese Besichtigung müssen wir leider verschieben, denn der Innenraum ist damals noch nicht zugänglich. Im September 2010 machen wir einen Kurzurlaub, der uns als erstes in den Spreewald südöstlich von Berlin führt. Das Schloss Lübbenau wurde von den Grafen zu Lina in ein geschmackvoll eingerichtetes Hotel umgestaltet, nachdem es zu DDR-Zeiten stark herabgewirtschaftet worden war. Die Hotelbar Eine solche Bootsfahrt können wir am nächsten Morgen leider nicht unternehmen, da es regnet. Wir bleiben zwei Tage in Berlin und bummeln durch das Europacenter und durch die Stadt. Die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche Abends essen wir im Daitokai, einem Spitzenrestaurant der japanischen Küche. Das ist der Frühling, das ist der Frühling, das ist der Frühling von Berlin. Die Schlemmeretage dort zieht uns immer wieder an, sobald wir in Berlin sind. Das ist Berlin, das ist Berlin. Als erstes lassen wir uns an der Cocktailbar nieder. Nirgendwo in Deutschland gibt es so frische und so schmackhafte Langusten wie im KDW. Das ist der Frühling, das ist der Frühling, das ist der Frühling von Berlin. Und wer kein Mädel hat, dem hilft nur eine Stadt, das ist Berlin, das ist der Frühling. Ich genieße anschließend ein halbes Dutzend Austern, während Hertha durch das Kaufhaus bummelt. Beim französischen Schafs- und Ziegenkäse treffen wir uns wieder. Hertha genießt zum Abschluss ihren Eisbecher und ich einen Pfannkuchen mit Ahornsirup. Die Nacht verbringen wir im Interconti-Hotel. Im März 2011 verbringen wir erneut zwei Tage in Dresden. Dieses Mal schaffen wir es endlich, die Frauenkirche zu besichtigen und im Inneren ein paar Fotos zu machen, was eigentlich verboten ist. Musik 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 Wir sehen jetzt Bilder aus dem Süden Deutschlands. Hier zunächst die Burg Nellenstein in der Ostdalten. Musik 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 auf einem 70 Meter hohen Felsen oberhalb der Stadt Heidenheim. Im Eurotel Bayersbronn habe ich im April 1969 meine erste IBM-Schulung erhalten. Bayersbronn ist der waldreichste Fremdenverkehrsort in Baden-Württemberg. Mit 25.000 Gästebetten, 40 Hotelschwimmbädern und 5 beheizten Freibädern verzeichnet der Ort heute die meisten Übernachtungen im nördlichen Schwarzwald. Freudenstadt war gegen Ende des Zweiten Weltkrieges fast vollständig zerstört worden und wurde danach im ursprünglichen Stil wieder aufgebaut. Der Marktplatz ist 220 x 215 Meter groß und die Häuser rundum durchweg mit Arkaden versehen. Das Zeughaus steht im Zentrum des Marktplatzes. Das Tal der Wolf bei Wolfach. Auf der Schwarzwald-Hochstraße. Holländische IBM-Kollegen am Titti-See. Ein Blick von der Schwarzwald-Hochstraße in die Rheinebene. Der Kurpark in Baden-Baden. Ein Blick von dem Aussichtspunkt Rote Lache ins Murktal. Bad Tainach ist bereits seit dem 14. Jahrhundert als Heilbad bekannt. So sah es 1969 noch auf dem Stuttgarter Killesberg aus. So sah es 1969 noch auf dem Stuttgarter Killesberg aus. Musik Tübingen. Der Blick vom 869 Meter hohen Rosberg auf die Stadt Gröningen. Die Burg Lichtenstein, südlich von Reutlingen gelegen, ist ein Wahrzeichen der Schwäbischen Alpen. Sie wurde erst 1842 von Wilhelm Graf von Württemberg eingeweiht. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Marktplatz in der alten württembergischen Residenzstadt Urach. Die Basilika des ehemaligen Benediktinerklosters in Zwiefalten ist eine Gipfelleistung des Barocks. Die Kirche wurde zwischen 1739 und 1765 erbaut. In gewaltiger Höhe überspannt die Autobahnbrücke der A81 den Neckar bei Horb. In der Nähe von Horb liegt Schloss Weitenburg oberhalb des Neckars. Dies ist der Blick vom Schloss in dem ich 1979 anlässlich einer Schulung gewohnt habe ins Neckartal. 1974 feiern wir gemeinsam mit Rolf und Doris Oehle die alemannische Fastnacht in Rottenburg. Untertitelung des ZDF, 2020 In dem kleinen Städtchen Maulbrunn im Kraichgau steht diese ehemalige Klosteranlage. Der Neckar Der Neckar Das Städtchen Michelstadt wird als das Herz des Odenwaldes bezeichnet. Das kleine spätgotische Rathaus entstand 1484. Seine Geschosse ruhen auf einer offenen Ständerhalle. In der Ständerhalle befindet sich diese Tuchpresse aus dem Jahre 1560. Der Tegernsee bei Gemund. Der Arbersee im Bayerischen Wald wird prachtvoll vom Hochwald eingerahmt. Mit 1456 Metern ist der große Arber der höchste Gipfel des Bayerischen Waldes. Der kleine deutsch-österreichische Grenzübergang bei Burghausen in Niederbayern. Die Grenze wird hier durch die Salzach gebildet. Unser Hotel liegt mitten in der schönen Altstadt von Burghausen. Vom Hotelzimmer blicken wir direkt auf den Grenzübergang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit 1100 Metern Länge gilt die Burganlage in Burghausen als die größte Deutschlands. Genau genommen sind es sechs Burgen, die durch Brücken miteinander verbunden sind. Musik Der 2700 Meter hohe Watzmann ist das Wahrzeichen der Watzmann. Die Mautpflichtige Rossfeld-Höhenstraße bei Berchtesgaden führt bis auf eine Höhe von 1600 Metern über dem Meeresspiegel. Von der Scheitelstrecke der Rossfeld-Höhenstraße kann man zur einen Seite weit ins Berchtesgadener Land und zur anderen Seite ins Salzburger Land hineinschauen. 1991 sind wir ein zweites Mal in Zwiefalten, um die spätbarocke Basilika zu bewundern. Besonders eindrucksvoll ist das Portal der Westfassade. Im Inneren der Kirche sieht man eine barocke Formenfülle. Je vier Seitenkapellen, die durch Doppelsäulen voneinander getrennt werden, Säumen den Weg durch das Langhaus zum Chor. Musik 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 Musik